Die erste Nacht. Nur für ein paar Tage. Lässt sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei dankbar, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Das ist so ein Arsch, der eine. Ja. Ja. Siehst du, Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Good night, Johnny. Ich glaube, ich bin wegen. Vor allem, ich finde es halt kacke, dass sie nicht mal sehen kann, ob es Tag oder Nacht ist. Ich kann nicht hier aufs Tag oder Nacht ist. Außer sie halt in die Uhr irgendwo. Ja, das stimmt, die darf nicht raus. Die ist hier, glaube ich. Eigentlich fachst du ganzes Leben. Ich glaube, da bei der Geburtstagsfeier, das war, glaube ich, eines der ersten Male, wo sie draußen war. Und dann sagt sie auch noch, diese blöde... Obwohl, ja, okay, die Stiefmutter war eigentlich ganz nett. Aber der eine, der Stiefvater, das war ein Arsch. Ja. Aber vor allem, die kennt sich nur ganz kurz, die Stiefmutter und Jessie. Ich hoffe, hier sind sie nicht auch noch gemacht. Ich habe schon ein Gefühl für einander, außer der Vater. Mhm. Und der Vater akzeptiert das einfach nicht irgendwie. Mhm, der Stiefvater, weil die Mutter haben wir ja gesehen. Dir wurde das Kind weggenommen, aber wahrscheinlich wollte sie das Kind nicht, aber dann hat sie sich doch noch dazu entschieden. Und dann wurde so unter Drogen gesetzt. Bani-Knuffel, wo ist mein Häschen? Bani-Knuffel. Und der heißt Bani-Knuffel, nicht Flauschi? Ich habe ihn Fluffy genannt. Ah, Fluffy, okay. Und du hast ihn wie genannt? Hasi. Ja. Ich habe ihn Fluffy und Erdnug-Bani-Knuffel. Ja, ey. So nennt man doch seine Hasen. Nein. Nein. Okay. Klappe, ich gehe nicht ins Bett, wann ich will. Niemand kann hier reinkommen und mir sagen, guck. Ich versperre die Tür. Jetzt kommt niemand mehr rein. Sie hat sich von wirklich Gedanken gemacht, wegen dem Namen halt darum. Ist ihr mein Fluffy? Mach Fernseh an. Ja, mach ich gleich. Wer ist noch Fluffy? Okay, scheiße, Fluffy, warte, ich gucke jetzt, ob ich Fernsehgucken kann. Warte. Ich breche das Gesetz. Oh, richtige Verbrecherin. Da darf nur wieder Scheiße entfernen. Das sagt gar nichts. Ich schaue seit drei Jahren können wir als Fernsehgucken. Ja, und nicht. Aber weißt du, wenn da auch so Müll läuft? Also, online, also YouTube und so geht halt vor. Ja. Da gibt es auch für jeden, was es gibt. Gaming, es gibt. Einiges. Logging, zum Beispiel. Hentai ist in ein Spaß. Okay. Hey, guck mal, die Spiegel funktionieren. Das ist tatsächlich recht herzahnt. Das ist ja nicht wirklich ein Spiegel, das ist ein Glas, das man durchschauen kann, von anderen Seiten. Ja, aber für ihre Seite ist ein Spiegel. Aber die können durchsehen, ja. Das wird oft bei Verhörern genommen. Ich weiß. Wir können die durchsehen, aber... ...weich ja nicht. Ich hasse diesen Fluffy. Ich weiß, der heißt Hans-Handels, aber trotzdem. Warum hast du den? Weil der so hässlich aussieht, oder? Weil der so hässlich aussieht. Sag mal... Lass doch mal den Namen Fluffy. Du limmst ihn hart, ich den Fluffy. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. 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 Die hat sogar ein Hase auf dem Shirt. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Das geht schon. Das wird uns gar nichts passieren. Ah, und jetzt wieder einschlafen, total? Einfach auf beide Seiten legen und dann die Augen zumachen und sonst? Total 2.0. Eingeschlafen. Weißt, so funktioniert das nicht. Bei mir dauert das Ewigkeiten, wenn ich einpennen und dann weißt du, das macht sich lustig über mich. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaub, ich brauch ne Geschichte. Das war mal eine Blut in der E.K. Finanzmäßig. Äh, wir und wie auch immer, genau. Du bist nicht schlafen. Du bist nicht schlafen. Du bist nicht schlafen. Ah, jetzt kommt das. Ah, okay, das ist cool. Ah, ich weiß, was es ist. Ja, das ist cool. Das ist einmal ein Elefant. Ja, guck mal nach oben, ich will das aussehen. Es war einmal ein Elefant, der lief durch die Weltnuss und dann verschwand er. Ey, was ist das Hölle? Und dann war nix mehr. Aber so schlecht, oder? Nein, ich kann noch was machen. Und dann war sie tot. Was soll denn? Niemand wusste, wo es ist. Also ich kann nicht zurück. Und dann? Niemand wusste, was kannst du jetzt hier machen. Hä? Guck dich mal rum, kannst du vielleicht was anderes machen? Äh, das meinte ich jetzt nicht, aber... Ich hab's nicht gemacht. Ach so. Oh, Hilfe, 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 Schmell! Wieder der da. Kannst du nun pennen? Oh, was? Ich glaube, ich bin. Warum kann ich dir eigentlich nicht selber helfen? Da hat es jetzt noch mal. Da ist noch ein Helle. Ja, die Arme, ey. Töte die Mordenste. Muss ich wahrscheinlich so lange daran. Oh, oh. Oh, die Kleinfieger sind eigentlich nicht nur so schön. Ja, du musst... Aber trotzdem, die hat die Hönsche an. Na klar. Du musst die halten. Ich würde doch fünf, sechs Schätzen, aber... Wenn du das gesagt hast. Mein Gott, Jodie! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ja, das war's, glaube ich, schon, ja. Ja, das gibt es einfach so kurz. Ich glaube, da, wo man immer die kleine Jodie-Spiele ist, sind immer kürzer. Ja. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Hättest du machen können, du hättest einfach... Aber ich hätte dich rufen müssen, aber... Cole aufgeweckt. Oh Gott, was da passiert, hätte man den nicht aufgeweckt. Existenzen besiegt. Ah, äh... Aber ich glaube, da wäre es halt viel schlimmer gewesen, alles. Ja. Existenzen besiegt, weißt du... Ich will echt nicht wissen, was dann passiert wäre. Wie andere Mädchen, oh. Das, ja. Oh, das ist das. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das war. Ich glaube, das war das, was ich verkackt habe, Mann. Ich weiß, was das ist. Ich hab nein gesagt. Keine Klasse. Ja, ja, ja. Ja. Aus der Klasse? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum hundertsten Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Und man kann das ganz schön auch verkacken. Also man ist ja da, dann... Weißt du doch, was dann ist, dann kommt man doch irgendwo hin, gell? Ja. Aber das kann man verkacken, wenn man davor erwischt wird. Ich wurde da auch erwischt. Und was würde da passieren? Kapitelende. Oh, schon. Also du kürzt so das Kapitel ab. Welchen Weg wollen wir dann wählen? Ja, wir wollen es natürlich versuchen, aber das ist gar nicht mal so leicht. Aber ich glaube, du... Ich bin eben an. Ja, du musst dann auch manche Sachen machen. Ja. Also nicht nur ich. Aber halt, ich glaube, du musst mich da auch immer in den richtigen Momenten daraus holen. Ich glaube, ich glaube, am Anfang muss ich dann immer für dich antworten, weil du übernimmst nämlich jemanden. Ich glaube, das war den da, wo der, Cole, der da gerade war. Ich glaube, den übernimmst du. Und vor allem ist, man kann immer, äh... Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Ich meinte, äh... Scheiße, ich habe die falsche Aktion gemacht, glaube ich. Also du meinst das nicht, Jodie. Reißen will dich nur beschützen, was nicht? Was ich meinte, das ist wirklich bei Ihnen gekommen. Also ich bin auf beiden Seiten irgendwo. Ich meine, natürlich will die auch mal rausgehen, aber dann auch wiederum das natürlich... Können ich bitte weiter sprechen? Ja, aber ruhig dich mal. Äh, das ist wirklich gefühlt bei jedem Teenager so. Das wollte ich sagen. Äh, das ist wirklich... 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 Na, jetzt kommt mal... Also da mal schauen, ich glaube, man konnte ja wieder fernschauen. Das passt, ja. Hey, Summer. Jetzt kann ich mal... Ich mach alles, was man machen kann. Ja, das bringt eh nix. Du musst jetzt zu ihm hoch. Geh mal zu ihm hoch. Mal zu dem Kollegen, geh da hoch. Ich möchte alles machen, was man machen kann. Jetzt geh da hoch jetzt. Ja, guck. Sagt sie auch schon. Ja, guck. Sagt sie auch schon. Was ist das? Das ist was anderes, muss man was anderes machen. Oh, wartet das Telefon. Ja, genau, das meinte ich. Äh, ach, in der... Ja, jetzt übernimmst du ihn. Das ist eigentlich voll dumm, weil... Das fällt doch dem Nathan bestimmt auf, wenn er einfach aufhört zu reden. Ja. Und das Telefon runterfällt. Genau, und jetzt wird das ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das erste habe ich geschafft, aber dann habe ich das nicht weg. Jetzt musst du auch mal so rumlaufen, wie ich... Dabei müssen wir auch beide rumlaufen. Es tut mir so leid, Cole. Ich passe mich selbst dafür, aber... Das ist auch, oder? Du verstehst mich doch, oder? Nein. Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Nee, ich weiß schon, dass ihr... Laufen wir jetzt beide zusammen? Nee, ich kann nichts machen. Oder was, denn das mitmachen raus? Kann ich nicht, ne? Okay, dann geht nicht. Aber ich glaube, sie weiß, dass, äh... Dass ich in ihm bin. Aber sagst, trotzdem. Die entschuldigt sich wahrscheinlich dafür. Ja. Also ich kann nichts machen. Weil ich nur sagen. Obwohl das sogar rumläuft. Ja, das ist wie so eine Art Bordzeit. Wo muss ich eigentlich lang? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht hier lang. Okay. Das ist abgeschlossen. Ach, ja klar. Hast du nicht einen Schlüssel? Entschuldige mich kurz. Ich nehme mal kurz den Schlüssel hier weg. Darf ich? Ich muss nicht die Karte. Ja. Kaboom. Äh. Das ist immer dieses Moment, es ist so stupid. Nee, ist hier ganz fast. You stupid. Hallo? Man macht die Tür auf. Ah, jetzt kommt das erste. Genau, jetzt muss ich dich irgendwie da die ganze Zeit irgendwie hier rausreden, weil du kannst ja nicht reden. Und du bist ja immer noch der Code, also würden wahrscheinlich viele mit den Breden wollen. Ah, das stimmt. Ich muss dich erfahren. Ja. Ich habe vergessen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob du die Knöpfe drücken musst oder ich. Also ich kann doch nichts machen. Ja, aber ich glaube, dann kannst du schon... Ja, genau, jetzt kommt das. Genau, das hat man schon gesehen. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es. Ich glaube, das war einfach nur, da musste man irgendwie so verschiedene Knöpfe gedrückt halten. Und ich habe das halt zweimal, glaube ich, verkackt und dann war es sonst zu Ende. Hallo? Was, ich heiße Kacke für den Spät für den Ausflug, ne? Na, es passt schon, äh, frische Luft. Äh, ja, ich fühl mich nicht. Mir ist, mir schlecht. Ja, mir ist schlecht. Regnurinendemn neben mir, der dritte bleibt immer so stehen. Warum kann ich nicht so inventionmäßig, weißt du, wie sie gerade Zeit zeigen? Warte. Nein, 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 nein. Zusammenstelle, ich muss jetzt gerade aufpassen. Kohl, Kohl ist ja da für mich. Also, stimmt's, Kohl? Ja, also... Was ist Kohl? Hast du die Zunge verschluckt? Ich hab... Ich muss drücken, nicht du. Ich mach dich fertig, muss ich auch. Das kann ich auch. Er ist echt mies gelaunt. Ich... Er hat heute noch kein Wort gesagt. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist mehr, als... Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Werd besser für uns alle. Meister des Redens, bitch. Wow. Das ist so, wenn man nämlich eine falsche Sache sagt... Jetzt geht's aus. Aus. Einfach aus. Also, es gibt natürlich andere Möglichkeiten, aber das war... Ah, ne, die richtig war. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt machen musst, hier mit dem Autofahren, oder ich? Oh, ich hoffe, ich. Warum? Das erspart uns, wo die Suche mit Auto. Du musst nicht mal Auto fahren, richtig. Du musst einfach nur da die Knöpfe da gedrückt halten, da, wo das sind. Weißt du, ich verschwinde schnellstens von hier. Also, ich meinte halt, was ich mit Hawaii auch weinte, dass ich besser war als her. Haha, natürlich. Was laberst du für einen Scheiß? Das stimmt doch. Ja, was denn für ein Auto? Was soll der Mist? Ach, hier. Das ist das einzigste Auto eigentlich. Ernsthaft, du hast schon wieder den Scheiß. Gib dir mal her, Eigen. Das musst du machen. Oh nein, ich auch nicht. Ich muss machen. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Musst du jetzt was machen? Ja, geh ins Auto rein. Dann stehe ich da blöd rum. Und jetzt pass auf, ich muss da so Sachen... Was da? Pass auf. Steig ein. Ja, berück dich mal. Das ist Spaß. Ich bin jetzt gerade nervös. Jetzt mach. Ja, verdammt. Da kommt nämlich. Starten jetzt. Sei so unaufällig, wie es geht, okay? Ja, genau. Jetzt kommst du gleich irgendwo hin. Und dann musst du da... Ja, genau. Jetzt gleich musst du dann so Sachen drücken. Also, das ist gedrückt halten, alles. Das sind ein paar viele Knöpfe dann. Das darfst du nicht auch, glaube ich, zweimal verkacken, weil sonst aus. Sonst verkackt. Und dann ist es wieder wie vorher. Ja, du. Ja, du. Du. L1 gedrückt halten. Ach so. Ich hab vorher gesagt, gedrückt halten. Jetzt drück das ganz normal. Ich drück vorher, du musst dann Knöpfe gedrückt halten und du drückst nur einmal. Ich wusste nicht, was man gedrückt halten muss. Ich hab doch zwei, dreimal gesagt in dem Kapitel. Toll. Toll. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Lass niemand seinen Geist an Steuer. Der weiß nicht, wie man startet. Oder die Knöpfe drückt. So sei wie alle anderen. Wurde ja gesagt, lass mich nie... Naja, scheiß drauf, da wären eh noch Vergewaltiger gewesen. Lass mich nie ans Steuern. Wie andere Mädchen, ja. Und wahrscheinlich ist gleich so viel jetzt hier. Unentdeckter Weg. Ja, guck, hab ich ja gesagt. Ja, sorry, ich hab dich los sehr gedrückt halten. Ich hab's dir aber dreimal gesagt. Du kannst doch mal spielen das Kapitel. Nö. Kein Bock. Allein. Was war doch gut das? Allein. Da war man allein, glaube ich. Oh nein, verpiss dich. Ah, ich weiß jetzt, was es ist. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody. Also sag ich's dir einfach. So ein Arschloch. Guck ihn an. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben. Ja, ja, ja. Alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Das war ein Arschloch. Dass er auch noch lügt. Guck so, wie nämlich dich eine schon guckt. Natürlich, Bruder, lass es. Und wenn's dir besser geht, dann kannst du doch wieder nach Hause kommen. Okay. Oh, äh, sorry. Alter, ich halte mich mit Absicht. So ist es. Ja, du kannst irgendwas mit dem machen, das soll ich mal machen. Ja, ich glaube, er dort... Mhm. Das habe ich glaube, ich glaube, ich nicht gemacht. Wenn man mal sehen wollte, was passiert, wenn nicht. So. Erstmal die Mutter noch. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmen, alles gut. Sollten gehen. So ist es gut. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Ey, ohne Witz, ne? Ja. Der ist so ein Arsch, der hätte es so verdient. Äh, Arsch, verdrug und so. Das reicht. Los, komm. Aber guck mal jetzt an, kannst du was mit dem machen? Noch nicht. Aber irgendwie kannst du mit dem interagieren. Ich weiß noch. Ich geh mal schon. Ja, geh, mach, 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 mach. Mach, super. Aber irgendwie, stimmt. Verdund. 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 Lasst es mal, lasst es mal. Ja, lasst es. Weil er noch stirbt. Du bist ein Monster. Hörst du mich? Ein Monster. Oh mein Gott. Jody. Jody. Ach, die sehe ich eh nie wieder. Ich weiß, was ich guck mal, das ist voll komisch, die Brille. Ja. So richtige Rumble-Effekt. Weißt du, ich finde die, ich finde die sind allgemein Abschaum. Weil die sagen, ja, die besuchen einen so oft wie möglich, aber diese kamen dann einfach nie wieder. Ja. Das sind so Abschaum. Das sind halt, die sind Erwachsenen, die lügen und dann halt das, äh, dann muss es machen. Damit es dem Kind besser geht. Aber ganz ehrlich, wenn du dann lügst, dann geht es dem ja noch schlechter. Ja. Okay, allein. Boah. Verwirrt kapiert das Ende. Ja. Jody's Warte gibt. Ja, das ist die einzigste Entscheidung, die es gibt. Und ich habe beim letzten Mal ihn, glaube ich, nicht. Nicht mein Vater. Ja. Ich glaube, ich habe den tatsächlich nicht erwirbt. Ich frage mich, ob ihr Mann ihn wirklich töten kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann hört das einfach auf Navajo. Oh, das ist das. Ich kenne das. Oh ja, ich weiß auch. Das ist so ein, das ist so ein, ja, ja, das war eines der coolsten Kapitel. Ja. Und auch eines der längsten, also, das sehen wir im nächsten Part von Beyond the Souls und Ciao. Ciao.